weißt du was passiert ist als ich in der schule war mit wie alt war ich da 14 oder so und meine lehrerin kam auf die idee weil ich mich nicht so benommen habe wie sie das wollte es war pause und wir waren laut und haben gespielt jedenfalls hat sie mir dann mit der flachen hand auf den hintern gehauen und ich wusste dass ich als 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 nichts als nichts als irgend so einen baustein in dieser schule keine rechte habe keine stimme ab und so weiter bin ich sofort nach hause gegangen habe ich gesagt papa die hat mich gehauen ich hätte am liebsten den kompletten klassensaal zerlegt aber ich weiß dass das dann konsequenzen für mich hat und das wollte ich nicht deswegen so weißt du was mein vater gemacht hat mein vater ist mit mir in die schule gegangen und hat gesagt liebe leute ich mache das jetzt ganz vernünftig ich sage was sie jetzt gerade gemacht haben sie haben einen sohn angefasst ja sie wissen was das bedeutet ich könnte jetzt den rechtlichen weg gehen sie anzeigen und so weiter will ich aber gar nicht ich sage nur eins mein sohn wird hier nie wieder angefasst und eins kann ich ihnen versprechen sollte das noch ein einziges mal passieren da komme ich wieder und dann fasse ich hier jemanden mein vater ist ein meter über 1 meter 80 groß der wiegt 120 kilo das ist ein richtiger schrank ja so die haben sich in die hose gemacht ich will damit nicht sagen dass das hundertprozentig korrekt ist dass man dann jemanden droht mit ich komme dann wieder und dann fasse ich an aber mein vater hat keine angst gehabt und ist dahin gegangen hat das geklärt er hat für sein kind ist der eingestanden und das müssen wir machen